Moin Moin! Schöne Grüße aus der Computerstube an der Schwentine. Wir spielen Seven Days of Die. Tag 21 heils sind wir inzwischen. Wir haben heute Hortentag, aber ich will noch mal vergrabene Vorräte. Einsammeln. Ausgraben. 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 Äh, heute noch mal ein paar Trinkchen. So, dann fangen wir mal an, hier zu graben. Ach, schon wieder mal eine Ausdauer. So, dann fangen wir mal an. Ich hab doch niemanden gehört. Wir sehen niemanden. So, dann fangen wir mal an. ich habe doch gerade gesucht ach ne da ist das so ich will Chefkoch ausbauen ich habe das so ich will Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Wenn ich die abschieße, habe ich genug Ausdauer wieder danach. So, in die Richtung muss ich schon mal nicht mehr graben. So, in die Richtung muss ich schon mal wiederholen. habe ich noch roten Tee, ja. Nehmen wir mal den. Den. Gut, da muss ich nicht weiter graben. Der Freikopf. 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 Nachttischkonsole. Hier ist ein Regal. Hier sind Schuhe. Hier ist eine Küche. Küche ist interessant. Naja. Eckschrank. Eckschrank ist eigentlich schon mal zu. So, dann kann ich jetzt an der Runde den Schreibtisch mir hier angucken. Eckschrank. Eckschrank. Tür verschlossen. Gut. Ah. Ach, Leute. Ach, Leute. Das ist ein Jahr. Was? Was ist das? Das war's für heute. So, ich glaube, ich werde jetzt noch einmal kurz hier reingehen. So, bis da bleibt erstmal alles. So, das geht in den Verkauf. Das geht in den Verkauf. Das geht in den Verkauf. Roste kommen hier hin. Wo kann ich da noch hinpacken? Da kommen welche hin. Davon lasse ich welche hier. Das behalte ich auch einfach mal an Mann. So, Klebeband. Eisen. Schmiede des Eisen. Mechanische Teile. Sand kommt aber hier hin. Klebe kommt hier hin. Militärrüstung kommt woanders. Öl lasse ich hier. Das kommt da. Nägel kommt hier. Batterie kommt hier. Persönliche Ausrüstung. Steinschmeer. Mach mal ne Mod. Schmiede kann ich mit verkaufen. Pinsel. Eine Batterie. Die Teile. Das sehe ich jetzt aufgrund nicht. Und mechanische Teile. Schmiede. Das ist mein Glück. Danke. Und hier geht's. Danke, Survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. So, wir haben es jetzt schon 17 Uhr. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Ich könnte mir vorstellen, warum ich da keine hinstelle. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Geh jetzt noch einmal rum. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Geh mal da hin. Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nicht in den Zaun reinrennen. So, und dann gucken wir mal. Das war's für heute. So, jetzt gibt's hier ein kleines Problem. Dann kommt ihr hoch. Ich tue's auch. Das war's für heute. 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 Da sind rostige Fässer. Das ist alles offen. Offen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wett predominantly. Genau. Da ist mehrer Karton. Karton. Abfallhaufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ist durchgeladen. Dann kann ich hier auch mal eine gesicherte Kiste bauen. Da kann schon mal sowas hier rein. Und den lasse ich auch mal hier. Okay. 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 So. Okay. 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 Was ist das? 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 No, we general Neunke acabou. Da muss dann nochmal, was dann wirst du umdreigen, was verbindet. Ja, keine Ahnung, viele machen können. Davon bleiben welche hier. So. Die Trophäen bleiben hier. Das bleibt hier. Das normale Messing bleibt. Hier die Türknäufel bleiben. Hier die Nägel bleiben. Hier der Zement bleibt. Hier das Eisen bleibt. Hier der Kleber bleibt. Hier das Kohlstoff bleibt. Hier. Hier Sie Bad sage Schummann. Da ist es rein. Dann ausdam der Verner Sind für Dich? Dann wird esरte. Hierนะคะ. Ich habe dich versteckt. Was hier das mit mir? Was hier beizugt? Untertitelung des ZDF, 2020 Da führt ein Weg nach Süden. Ein kleiner zwar, aber da fährt ein Weg. Den würde ich mal suchen. Untertitelung des ZDF, 2020 So wie ich fahre, müsste ich eigentlich einen kleinen Weg kreuzen. What da bist du? ja wird noch ein bisschen dauern ich den weg ja Ja, ich bin noch nicht so ganz auf dem Weg gewesen. Ja, ich bin noch nicht so ganz auf dem Weg gewesen. Wenn er hier so rumfährt, interessiert mich der Weg so erstmal erst. Ich will nach Süden. 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 Ja, also solange es nur so ein kleiner Weg ist, der sich da lang schlängelt, interessiert mich erstmal nicht. Wenn es ein größerer Weg ist, ja. Ich will nach Süden. 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 Jetzt ist zumindest ein schöner Ausflug am Strand. Ich will nach Süden. Ich will nach Süden. Ich will nach Süden. Ich will nach Süden. Und nach Süden. Ich will nach Süden. Zumindest nicht noch eine Mod, einfach die Segeln oder so an. Mann, ich hab's auch mal hier. Ja, ja, ja. Da habe ich noch mal vorhin drüben. Oh oh, ich weiß welches Haus das ist. Das werde ich mir morgen genauer anschauen. Aber ich würde sagen, für heute reicht das erstmal. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da. Daumen nach oben natürlich auch gerne. Äh, ansonsten hoffe ich, dass bis zum nächsten Video nicht allzu viel los in die Spatina runterläuft. Und sage schonmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.